Norddeutscher Rundfunk 2021 Brauchst du Hilfe? Nee! Hier, versuch das. Vielleicht legst du dich besser hin. Er hat jetzt aber nicht die Milch getrunken. Ich kaufe euch gerne eine neue. Die kann man nicht kaufen, die kann man nur abpumpen! Das ist der beschissenste Spielerabend ever! Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Na ja. Gabriela hat gekocht. Na und? Wollt ihr mir das jetzt vorwerfen, dass ich das nicht selbst gemacht habe? Nein, aber warum tust du so als ob? Macht man das so im Grunewald, oder was? Hey, hey, hey! Woher warst du das überhaupt? Ja, Jan, erzähl doch mal, wie du in Gabrielas Wohnung gelandet bist, als sie gerade aus der Dusche kam. Ja, ich habe mich halt verlaufen, und? Du bist heute Abend mehrfach falsch abgebogen, mein Freund! Was auch immer du gesucht hast! Ja.